Oh yeah, ich wusste zwar nicht, was wir gerade machen, aber es scheint richtig gewesen zu sein. Oh, nein, und scheiße, und kommt ein Helikopter hinterher. Wow, nicht schon wieder. Rechts rum. Ich hasse die Dinger so sehr. Ich kann jetzt aber gerade nicht wirklich so richtig was machen, weil wir müssen einfach nur hier fahren. Was heißt nur, ne? Rechts rum. Ja, sieht gut aus. Oh, nochmal rechts rum. Ja, ist korrekt. Und jetzt hier durch. Und bam! Okay, wir sind wieder mit Nitro reingedüst. Advisor. Oh, die machen mich sogar jetzt schon hier fertig. Meine Güte. Ähm. Das Ding hätte mich getötet. Das Ding saugt einem irgendwie, saugt einem irgendwas aus dem Körper raus. Mit einer Zunge, die komisch aussieht. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Los geht's! Woo! Oh, yeah. Danke. Boah, Alter. Okay, also wieder ein bisschen Autofahren hier. Den nehme ich mit. Sorry für meinen Fahrstil, aber jetzt muss das so sein. Okay, 10 von 20. Das schauen wir doch noch, oder? Verdammt. Oh! Au, 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 au. Ja, sehe ich auch so. Deckung! Okay, ich brauche meinen Raketenwerfer. Ich brauche meinen RPG. Kein Ding. Mach' ich immer. Deckung! Wow! Ah! Ah! Okay, hier, ich hab' doch was gehört. Gehört hier. Das brauche ich jetzt. Hier gab's ein Medizin-Depot. Dann müssen wir die mit dem Ding anwerfen. Ja. Zurück an den Abdenner, so soll das sein. Jetzt wieder schießen! Ah, Deckung, 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 Deckung! Komm her! Ach, jetzt, komm schon! Gute Deckung war das jetzt. Komm schon, Jungs! Ihr müsst das doch schaffen! Yes! Oh-oh! Leute! Deckung! Ah! Hier muss doch irgendwo ein RPG sein, oder nicht? Was? Oh! Ah! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Ah! Jetzt, komm her! Na, also, ey! Stürz ab! Woo! Oh, yeah! Jetzt muss ich mich jetzt mal wieder aufladen, hier. Ihr habt hier drüben geschrien, aber ich muss mich jetzt erstmal hier... Ich gucke mir jetzt erstmal alles, was ihr hier habt. Okay, danke! Wir müssen weiter! Wir müssen weiter aus dem Eimer! So, Werkzeug! Werkzeug? Wir haben ein ganzes Lager hier! Los, suchen wir was raus! Okay, danke! Gibt's hier noch was? Nein? Gut! Das muss ich den Combine aber doch lassen! Zähe Gegner! Echt gute Vorstellung! Haha! Ja, das stimmt leider. Okay, gut. Oh! Ja! Boah! Das war jetzt aber gerade eine schöne kleine Tour. Wir haben es jetzt nicht geschafft, mit der Fahrerflucht da irgendwie Zombies umzufahren, aber doch eine echt gute Tour haben wir da gerade hingelegt. Das war doch nicht schlecht. Wir haben jetzt noch den Heli ausgeschaltet, mit dem wir seine Minus rückgeworfen haben. Geil! Unter dem Radar. Was heißt das denn? Ah, geil! Ein Wagen! Cool! War kein Scherz! Damit sind wir bald wieder unterwegs! Nun, das könnte ein Problem sein! Hört ihr die Leiterkanone? Normal versorgen wir die White Forest-Phasis, aber vor ein paar Tagen haben die Combine den Zugang abgeschnitten. Na super! Und wer soll's richten? Der Freeman! Wow! Was sollst du buchen? Vielleicht kannst du die Straßensperre räumen, während ich den Wagen repariere. Ja, könnte funktionieren. Ja, gut, dass du für mich redest. Gut, dass du für mich redest. Durch die es zur anderen Seite geht. So siehst du die Waffe, bevor sie dich sieht. In Ordnung. Na dann, Alex. Kümmer dich mal um den Wagen. Viel Glück mit der Laserkanone! Danke! Danke! Klar! So, dann machen wir doch mal ein bisschen Distanz heute. Zack! Was? Ne! Na, Kollegen, wo seid ihr? Ah! Au! Schon mal dran gedacht, dass es weh tut? Ah, hi! Ich hab keine Angst vor euch. Ich bitte euch, ja? Das ist ja wohl... Ich hab eben grad einen Advisor gesehen, den ausgeschaltet hier. Seid ihr das kleinste Problem? Ich seh doch hier oben etwas, das mir gefallen mag. Nämlich irgendetwas, das irgendwie gut aussieht oder so. Oh man, Laserkanone, das ist auch mal was Neues hier. Hm, also entweder daher gehen oder hierher gehen. Durch den ganzen Sumpf und alles. Wo da hinten ist nur noch Munition. Ah, verdammt. Jetzt brauche ich die Munition ja echt. Oh, das Auto geht ja unter. Oh! Gut, das haben wir noch geschafft. Was war denn drin, ne? Aha, Munition, die wir leider nicht brauchen. Okay. Okay, leider sage ich, weil wir wahrscheinlich irgendwann nochmal sehr viel Munition brauchen werden. Okay. Ähm, wir nehmen am besten mal das hier und was auf Distanz. Oh! Okay. Das sind die Laserkanonen. Wow! Ei! Au, 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 das tut mir weh, das tut mir weh, das tut mir das weh. Ups. Hä, hä, hä. Das war gut von mir. Okay, ich muss also... Ach, deswegen heißt es unter dem Radar. Okay, ich verstehe schon, warum es unter dem Radar heißt, weil wir jetzt genau hier drunter bleiben müssen, damit wir nicht hier erwischt werden. Und um hier alles gut umgehen zu können. Trifft das nicht vielleicht? Nein? Okay, gut, wir sind hier... Au, 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 warum habe ich das genommen? Das habe ich nicht gesehen. Okay, dann hier einmal für euch. Bitte, triff. Hat sich nicht so danach angehört. Die müsst ihr treffen. Ja. Okay, so weit, so gut. Wir müssen einmal noch da rechts... Ach, Mann, ich habe schon wieder die Waffe aus Versehen genommen. Schön in Deckung bleiben. Ich habe da noch wen gesehen gehabt. Ich habe da noch wen gesehen gehabt. Nein, Jungs, ich habe da Probleme. Ich würde das mal als Ja bewerten. Okay, somit haben wir das Ganze übrigens schon mal zum größten Teil umgangen. Das heißt, ich kann den mal speichern. Puh, also die Dinger haben es echt in sich. Das muss man schon dazu sagen. Ich glaube, wenn mich so Laserkanonen treffen, dann war es das erstmal für mich. Muss ich jetzt hier auch aufpassen. Ja, okay, der krabbelt jetzt auch unten runterher. Das heißt, wir können den Kollegen nicht sehen. Aua! Ich wollte eigentlich die auf die Pistole wechseln, ihr. Wow, das ist echt klar. Das wäre ganz schön riskant hier. Oh! Hm, wie sieht es denn aus? Kann ich hierher gehen? Fällt mir das jetzt gerade nur so auf, oder? Haben die Combine... Moment mal. Wow, was, 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 was? Was, 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 was